Hi, mein Name ist Patrick Held und ich möchte in diesem Video offiziell bekannt geben, dass ich mich 2013 bei den Grünen für den Deutschen Bundestag bewerben möchte. Die Auswahl dafür findet im Dezember diesen Jahres statt und ich möchte in diesem Video kurz darlegen, warum ich mich dazu entschieden habe, jetzt diesen Weg zu gehen und in da auch volles Risiko zu fahren. Ich kann mir persönlich keine höhere Aufgabe vorstellen, als Politik mitzugestalten, im Deutschen Bundestag und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die großen Probleme wie Staatsverschuldung und Klimawandel, dass wir das gemeinsam packen können, wenn wir den Mut haben, neue Konzepte auszuprobieren, neue Ideen umzusetzen und frische Ansätze zu fahren und nicht immer in den alten Interessenskonflikten zu verharren und vor allen Dingen von Politikern, die meistens nur ihre eigene Machterhaltung im Sinn haben. Mir geht es nicht um Macht, mir geht es nicht um Geld, mir geht es um die Sache und zwar zutiefst. Weil ich und meine Generation, wir haben ein vitales Interesse daran, dass solche Probleme wie jetzt eben Klimawandel oder wie eben auch Staatsverschuldung, dass die richtig und nachhaltig angegangen werden, weil nicht nur wir, sondern auch alle, die jünger sind als wir oder die gerade geboren werden, wir werden das volle Kanne mitbekommen, richtig, Klimawandel, zack, Staatsverschuldung, zack. Und das wird nicht lustig, wenn das so weitergeht wie bislang. Und deshalb glaube ich, dass es auch ein bisschen mehr junge Repräsentationen im Deutschen Bundestag gibt, damit wir nicht nur über Twitter oder Facebook unsere Stimme erheben, sondern auch da direkt vor Ort in diesem Gremium. Natürlich habe ich eigene Ideen, natürlich muss ich auch die grünen Ideen vertreten, die ich auch fast alle super gut finde. Aber ich will auch dafür sorgen, dass ihr direkt mit mir in Kontakt treten könnt, über meine Internetseite, gemeinsam21.de, EU, die gerade gebaut wird, über Twitter, über Facebook, dass ich sozusagen einen direkten Input habe von euch, wenn ihr das wollt und ich werde mir alle Mühe geben und wenn es noch so viel Zeit kostet, mit jedem von euch so gut wie es geht in Interaktion zu treten. Ja, das ist der Plan. Die nächsten fünf Monate geht es erstmal um die Vorauswahl, da werde ich alles daran setzen, in Bayern durch die Gegend zu fahren, die Kreisverbände kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, für die ich dann natürlich auch Hauptverantwortung tragen würde, wenn ich über Bayern in den Deutschen Bundestag komme. Und danach vier Jahre, viereinhalb Jahre, volles Rohr, Politik mitgestalten für neue Ideen und neue Konzepte. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euren vollen Namen und die Stadt, aus der ihr kommt, unter dieses Video schreibt oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich immer über jede Form von konstruktivem Feedback. Also, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, ich kann was bewegen, gemeinsam mit euch. Vielen Dank.